Liebe Facebook-Gemeinde, es ist nun soweit. Das Gewinnspiel ist zu Ende und wir haben viele tolle und spannende Antworten bekommen. Die Frage lautete, warum ist es optimal, mit einem professionell Immobilienmakler zusammenzuarbeiten? Wir haben die besten 15 Antworten hier in diesen Rostopf reingegeben und ich werde nun den Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ziehen. Die Gewinnerin oder der Gewinner ist Clemens Haringer. Ich gratuliere Sie herzlich. Der Flug findet am 8. Juli gegen 18 Uhr am alten Sportplatz in Marburg statt und natürlich nur bei Schönwetter. Viel Vergnügen.